Oh, oh, yes, yes! Oh! Oh! Oh, God! Herzlich willkommen zurück zu Paladins, mit Zack-Gubber-Gazza. Meine Wendigkeit, was gibt es denn eigentlich hier noch? Binde zu definieren, erstelle Versus Teams aus 5 Spielen oder tritt einem bei. ach du scheiße okay wenn ich jetzt wettkampf modus machen will brauche ich zwölf champions und meisterstufe auf vier und höher meisterstufe vier oder höher ist das die meisterstufe brauchst du mindestens zwölf champions worte mal das sind 6 12 ja gut es gibt 16 und zwölf braucht man und das zu machen okay also man tut natürlich was man tut es für 20 euro dieses pack kaufen und hat logisch alle champions die es gibt plus ein paar extras hier gründer pack er hätte exklusive skins stahl blablabla name ändern dann macht er einfach einen neuen account gut wenn man jetzt schon die ewigkeiten gezockt hat ist das wahrscheinlich die meisterstufe reittiere 1 von dreien karten gibt es 288 ich hab na gut red man nicht weiter skins habe ich 51 von 251 und champions habe ich 8 von 18 8 20 auszeichnen doppelkild weil dann verlauf okay einfach spiel ich muss noch die maps bild kennen dann so wir werden wieder diesen geilen selekt your champion victor in dem victor nein oder vor den hat den cool ok während zwei unterstützer in der flanke und zwei angreifer sieht gut aus okay wir haben drei angreifer eine flanke und einen unterstützung alle besser aufgestellt als letztens wieder dafür schmock der kleine dreck sei dass böse mit seiner scheiß maschine die ist richtig böse sonst da kann sich selber noch denken so schnell ausgerüstet so zu not kann ich auch noch in sprinten 321 und so beginnt geil bin ich sinnlos dort lang gelaufen nice so was macht mir da spaß oh shit was wo war denn der diese futze von hinten oh so ein feigling die kleine futze halt mal Du kleiner Fotze. Fotze. Nein! Okay. Okay. Löde Bitch. Ah, das ist schon geil. So, tot. Oh, von hinten! Eine Bombe, okay. Getroffen Bitch. Blöde. Blöder Wichser. Wütend. Alter, jetzt wird rasiert, Alter. Jetzt wird richtig penetriert hier, meine Freunde. So. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 2, 1, Overtime. Schieb mir mal den Wal hier, den kleinen Lümmel. Oh, vorn. Yes! Habt ihr das gesehen, wie man es macht? Jedes. Unhall, unaufhaltbar. Oh, yeah, baby. Oh, leck. Unaufhaltbar, ihr Bitches. Was? Deine Waffenschüsse fügen einsatzbare Vorricht, bla bla bla. Oh, fuck. So, geht los. Jetzt mach ich mir einen Schaden. Und meine Waffen tun schneller, also respawn. So, stell mich mal oben hin. So, das ist hinter von uns. No threading. Fuck! Mist! Leck, Alter! Ich brauch mehr Schaden. Ich brauch echt mehr, äh, mehr, mehr Verteidigung. Ich brauch mehr Verteidigung. Verdammt der Scheiße. So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir pushen. Jetzt müssen wir pushen. Jetzt müssen wir pushen. Jetzt müssen wir pushen, jetzt müssen wir pushen, jetzt müssen wir warten. Das sind die meisten sich bestimmt fragen, was macht ihr, der Typ hier, DAS macht der, oh fuck, wir sind stärker zusammen. Was ist das denn, der von uns, ich war gerade so voll drin, ich habe das gar nicht mitgeschnallt. Veros, incoming! Hört doch mal den scheiß Spiel, du f... Meine Fresse, du scheiß. Oh, fuck. Fuck, ich wollte noch abhauen, verdammte Axt. Ich wollte noch abhauen, verdammte Scheiße, naja, abseits. So. Ja, 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 wir machen das schon, wir machen das schon, wir machen das schon. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Du beschissene Shitkröte. Wo ist dieser? 15 Sekunden remaining. 2, 5. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 2, 1. 6, 3, 1, 2, 1. Erfolgreich. Geil. Okay, okay, okay. Mädels, wir sind dabei, was Großartiges zu schaffen, bitte? Ah, das ist so ein extra Ding. Ah, nee, das hab's gekurft. Stimmt. So. 10% mehr Schaden, Baby. 10%. Jetzt geht's los. Guck dir, ey, guck dir mal die an. Wie geil sind die denn? Oh, die sind ja mega. Oh, ich bin die herrlich. Komm, Baby, komm, Baby. Ich bin heiß. Ich kann den Sieg schmecken. So, ich stelle mich erst mal wieder oben hin. Was macht denn der Typ? Was macht denn der Typ? Was macht denn das? Was macht denn der Typ? Was macht denn? Was macht denn das? Was macht denn das? Oh, ja. ich bin wütend mein freund wütend läuft läuft geiler scheiß steht drauf und der viktor hat wieder eine meisterung geschafft ist schon geil ich bin stufe 5 richtig geil ich bin stufe 5 jetzt und wir machen wieder eine drohe auf ok ich habe eine karte vom von der schildkröte zu erhält cc verringerung ok entschlossenheit das andere ist vom kann ich das gesicht nach kennen und offen offensive behält schuss nach einer ok nicht schlecht nicht schlecht erspricht ja läuft läuft ich würde sagen sehen wir uns nächsten part wieder die runden bei dir die werden ja immer kürzer die erste runde war schon aber jetzt zu 15 minuten na gut ich würde sagen nächsten partie muss dann wieder kartensammlungstutorial meister das support klasse teile schaden aus ja worum nicht in dem seiner haut rein leute macht den sinnvoller ist bis zum nächsten mal das war paladins mit zum kippger zu meiner wenigkeit oder paladins ich habe keine ahnung eigentlich ausspricht bis zum nächsten mal wird sagen mehr kim nicht nicht Untertitelung des ZDF, 2020